Und wir kommen zu einer Runde Master Builders, mit dabei, bist du unbekannt? Hallo. Epos? Hallo. Und Forever Melone? Hey. Ja, Forever Melone. Ja. Okay. Nein! Polizei? Sollen wir bauen? Police. Das wird gut. Das wird richtig lustig jetzt. Ja. Ja, wir haben jetzt ganz viel Spaß. Und freuen uns unseres Lebens. Okay. Das wird jetzt ein bisschen... Risslich? Wunderschön, Annalena. Ich bin jetzt richtig kreativ. Baust du jetzt Officer? Ich baue jetzt Special Officer Doofy. Ich glaube, das wird zu groß, wenn ich das so mache. Ich baue halt auch dann Officer. Ich baue was Hässliches. Viel Spaß beim Angucken. Ich hoffe es. Okay, das sieht aus, als wäre der auf Crack, aber ist okay. Geht schon. Geht schon. Das ist normal. Das geht nicht weiter. Das kann ich nicht so stehen lassen. Das sieht zu gut aus. Weißt du, alle Leute, die denken sich so bestimmt so... Amina Kohlen. Ich baue jetzt einen Polizeiwagen. Hä, gar nicht. Da ist mir gerade auch gedacht, aber... Wee, 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 wee. Als ob ich das machen würde. War klar, ey. So kreativ, das bin ich doch nicht. Naja, ähm, darüber lässt sich jetzt streiten, Melvin. Sicher? Ja, sicher. Bin zu Stress, oder was? Ja, bitte. Ja, komm her, Mann. Komm her. Wir machen gleich mal wieder Stress hier in der ersten Folge, oder? Bei so ein Alter. Ja. Unglaublich. Qualitätsoffensive, Mrs. Unbekannt, 2016, hallo. Warte mal, seit wann ist eigentlich ein Pilz-Auto-Weiß? Seit wann kann man eigentlich hier malen? Das frage ich mich, weil der Typ gesagt hat, I can't draw this. In nem Pixel-Art. Ist das voll doof, dass diese Clay-Blöcke kein richtiges, äh, Blau haben. Da muss man immer Wolle nehmen. Wolle ist eklig. Das wird dann voll hässlich so, meinst du? Ja. Was kann man für Gesicht nehmen? Ähm, weißen Clay. Gesicht halt. Oder was meinst du? Ja, weiß, äh, weißen Clay, das hat so ne gute Hautfarbe, find ich. Na, für mich tut's auch als Blau, für das Auto. Genau. Das ist gut. Bei weißer Clay-D-Man nutze ich immer, wenn ich irgendwie so Gesichter baue. Der passt einfach am besten und ist auch einfach am besten. Boah, ich kann eigentlich nix bauen hier, also. Ja, ich auch nicht. Ach, das wird ein sehr qualitatives Video. Wenn einer Hoffnung im Jahr hatte, die Hoffnung ist jetzt am sterben. Vor allem bei Melvin. Ich weiß nicht, soll ich noch n Schlag- Schlagstock hinbauen? Oder ne Waffe? Ich will n Schlagstock hinbauen. Das find ich lustig. Ich fäll' grad auf, dass mein Kopf einfach zu breit gebaut habe. Ich fäll' grad auf, dass ich wieder mal richtig hässlich baue. Mir fällt grad auf, dass ich keinen Schlagstock bauen kann. Hier so. Also, so wie immer. Hey, ja, ich kann bauen. Biatch. Hey, hey, ja, hey. Hey. Oh, ich hatte schon fast schwarzes. Hey, Tag, Leute. Hey, Leute, Tag. Morgen. Halt du deinen Schnauze jetzt. Eine Minute. Da sind wir grad auch noch. Da, da sind wir grad genau dasselbe. Wollen wir denn noch ne Runde spielen? War das jetzt schon ein bisschen hässlich, was ich hier gebrafft habe? Macht dir nix raus. Ich, ich hab's mir immer getoppt. Äh, Augen, 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 Augen. Was, welche Farbe Augen? Ja, das ist dann deine Entscheidung. Welche Farbe du die Augen machst, also. Da krieg ich dir leider nicht Hilfe. Da wirst du, bist du selber kreativ sein. Also, gleich, wenn ihr Nicole als Officer seht, werdet ihr euch alle freuen. Und Nicole wird am Ende wahrscheinlich sogar noch gewinnen. Alter. Hey, mein Officer ist voll hübsch geworden. Ich hab den jetzt voll normal gebaut. Der sieht nicht behindert aus. Der sieht bloß aus wie so ein Villager. Bei mir sieht der behindert aus. Voll behindert. Ich hoffe, die Leute können erkennen, dass das ein Schlagstock ist, weil das sieht eher aus, als würde der versuchen, jemanden zu exekutieren. Boah, meiner hat, meiner hat einfach, oh mein Gott, ist das hässlich geworden. Das ist Nicoles. Ja, das ist meins. Der hat einfach ein Kreuz. Er hat einen Schlagstock in der Hand. Ja, Nicole will ihn exekutieren lassen. Und er sieht aus wie ein Officer. Sieht aus, ob er so ein Kreuz in der Hand hat, so. Ja, das meinte ich doch. Der möchte jemanden exekutieren. Komm, meinst du, das ist der Schüler ein bisschen hässlich. Ach, was ist das? Können wir bitte alle uns rausschneiden, außer den Kreuz? Vor allem hier oben, das Ding einfach, was ist das, Mabel? Bei dem hängt irgendwie so die Marke ein bisschen weit, äh, ne, egal. Das ist jetzt schon wieder hässlich, Mann. Was ist das? What the fuck? Guck mal, der macht den Hitler-Gruß Spaß. Obwohl, aber... Ich finde dieses Gesicht einfach, weißt du? Ich finde die Idee ganz gut, aber die Umsetzung ist zum Kotzen. Wolle. Ja, pinke Wolle ist... Das ist... Das ist eklig. Sieht immer aus wie so ein Nacktenholz, Mann. Das ist kein Polizist. Das ist kein Polizist, das ist ein Gangster. Ja, das sieht mir ja wie ein Gangster aus, aber... Mit der Waffe ist das eigentlich keine schlechte Idee. Ja, die Waffe ist zwar keine schlechte Idee, aber der sieht irgendwie... Meh. 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 Meh, das war jetzt simpeler. J-J-MC, Alter. Nee. Nee, Pixelart. Bodenbauten werden nicht akzeptiert. Was ist denn das? Das sieht aus wie Annalena, ihr Officer... Das ist kein Pixelart, der hat ne Nase. Ja. Das sieht aus wie Annalena, ihr Officer, bloß halt in Pixelart. Und mit pinker Wolle. Und mit pinker Icke auf der Wolle, ja, richtig. Was ist das? Das ist ein Raumschiff, oder? Ich glaub, das ist ein Raumschiff, ja. Ich glaub, das ist ein Polizeipanzer, ich glaub, den gibt's irgendwann. Ich hab in die Zukunft geschaut. Ich glaub, das soll der Polizeiwagen sein. Es ist ein Polizeipanzer. Meh. Meh, wenn hat's wieder geschafft, schlecht zu sein? Das ist Hex seiner, glaub ich, oder? Die Zeit war zu wenig. Der, der ist breiter als der Türsteher, Mann. Ja, ja. Der ist sogar breiter als Zweitürsteher. Aber er trainiert die Beine nicht. Sieht man. Ja. Aber stopp, Mann. Ich hab dir nicht zum Hegel gegeben. Warum? Woher wisst ihr, dass das Zweiner ist? Ja, das sieht man, das ist Annalenas. Er ist voll glücklich, guck mal. Er hat keine Nase, aber ist glücklich. Ach, Annalena, der wird bestimmt gewinnen. Guck mal, der hat mir gut gegeben, voll nett von dem. Annalena ist direkt hingesch... Also, Nicole, ich würde... Also, erst mal hier ein Wow, Everything is awesome geben. Nicole, ich würde erst mal sagen, der trainiert gar nicht. Soll ich das machen? Ich glaub, der trainiert noch... Nee, der trainiert noch nicht. Oder das war ein Offizier, der eine Bombe entschärfen wollte. Ja, aber der müsste da oben noch so Blut runterlaufen. Okay, ja, stimmt. Wie hoch der die Hose gezogen hat. Oh, ich bin Dritter. Guck mal, ich bin Zweiter. Zwei Punkte Annalena. Ich fand's der cool HD. Ein Everything is awesome gegeben. Oh mein Gott, ich hab gewonnen. Mit dieser hässlichen Kreation. Also, ich hab schon wieder geschafft, ich begreiche letzter Platz zu werden. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Und ja. Das müsst ihr Schuss sagen, ihr müsst Schaus sagen. Tschüss, 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 tschüss. Hallo, tschüss. Hallo, tschüss. Hallo, tschüss. Hallo, bis zum nächsten Mal. Ja, da ist. Ja, tschau.